Das ist ein wunderbarer Roadster, der Triumph Spitfire. Und also die eingefleischten Roadster-Fahrer würden selbst bei grauem, kalten Novemberwetter offen fahren. Ich lasse das erstmal. Aber wenn Sie Lust haben, mit so einem scharfen Roadster unterwegs zu sein, na dann machen Sie doch einfach mit, bei der Oldtimer-Spendenaktion. Und Sie spenden und haben die Chance, unter anderem diesen Spitfire zu gewinnen oder viele andere Autos. Und dabei unterstützen Sie auch noch die Lebenshilfe Gießen, damit Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung besser zusammenleben, lernen, arbeiten können. Machen Sie mit und gewinnen Sie!